Moin, mein Brothers, es ist das, mein Name ist Stylies und heute zocken wir Stuntfest! Als allererstes, es tut mir leid, dass gestern kein Video kam, aber ich war beim Zahnarzt, yo! Und das hat ein kleines bisschen länger gedauert als gedacht. Und als ich wieder zu Hause war, war meine halbe Fresse immer noch betäubt. Also es tut mir leid, yo! Egal, wir sind jetzt bei Stuntfest und wir haben schon sehr viele Level hier gespielt. Alle, die einen Daumen haben, die haben wir schon gespielt. Aber ich habe eben gerade im Workshop ein paar Level abonniert. Das bedeutet, es gibt hier in dem Spiel noch Level, die von irgendwelchen Leuten gemacht wurden, die man spielen kann. Und welches Level nehmen wir als erstes? Ha! Ich glaube, ich möchte den Superjump spielen. Ich meine, der Superjump, yo! Das hört sich an, als ob man weit springen darf. Wen nehmen wir den? Ich glaube, ich nehme Stan, weil Stan hat die Überkarre. Okay, warte mal. Lol, ich sehe gar nicht die Rampe. Oh, warte mal, geht es so steil runter? Lol, geht es wirklich so steil runter? Oh mein Gott, okay, es geht da unten. Oh! Komm schon, Baby. Fahr schneller, fahr schneller, gibt Tempo. Oh, das Auto ist ja so mies laut. Ah! Ah! STRG! Oh mein Gott, wie soll man bis ans Ende des Levels kommen? Das ist doch unmöglich. Die Wand ist da hinten und ich bin hier. Aber ich habe drei Sterne bekommen. Aber wie soll man bis zum Ende kommen? Das ist doch fast unmöglich, oder? Oder ist es nur mit Stan unmöglich? Vielleicht sollten wir die Oma nehmen. Aber normalerweise müsste die Oma langsamer sein als Stan. Weil ich meine, Stan the Man hat das scheiß Auto. Okay, wir nehmen die Oma. Vielleicht überzeugt uns ja die Oma. Wenn du jetzt weiterkommst als Stan the Man. Das wäre jetzt ein Weltwunder. Aber wenn du es schaffen würdest. Ach du Scheiße. Ich würde deine Füße lecken. Würde ich wirklich. Komm schon, komm schon, komm schon, Schlampe. Oh, ich verliere die Kontrolle. Ich verliere die Kontrolle. Und STRG. Ich glaube, wir kommen nicht weiter als Stan the Man. Äh, äh. Können wir noch mehr STRG? Aber es bringt uns nicht so weit. Aber ich glaube, ehrlich gesagt, wir sind weitergekommen als Stan the Man. Die Oma ist jetzt zwar ein bisschen platt. Aber ich glaube, wir sind wirklich weitergekommen als Stan the Man. Mit der scheiß Oma. Wir probieren das Level jetzt nochmal mit dem Schweden. Den ich eigentlich am wenigsten mag. Das hat nichts mit Rassismus zu tun. Ich bin einfach nur zu dumm, um scheiß Ikea-Möbel aufzubauen. Bitte enttäusch mich jetzt das allererste Mal nicht. Und komm bis zum Ende. Es hat doch... Oh, Scheiße. Du hast mich jetzt schon enttäuscht, Motherfucker. Du hast mich jetzt gerade schon enttäuscht. Wow. Wow. Und der hat trotzdem alle drei Daumen bekommen. Was zur Hölle? Er ist nicht mal die Rampe runtergekommen. Dann müssten wir es noch einmal schaffen. Aber es ist total schwer, die Kontrolle zu behalten. Obwohl, nein. Ja, wir kriegen das relativ gut hin. Aber ich glaube nicht, dass wir so schnell sind, oder? Ich hätte gerne mal eine Geschwindigkeitsanzeige. Aber sowas gibt es ja leider nicht. Okay, weit fliegen. Oh, Scheiße. Okay, ja. Okay, scheißegal, ob er am wenigsten geflogen ist. Er hatte den geilsten Move. Er hat eine scheiß Rückwärtssalto gemacht. Okay, das Level haben wir jetzt gespielt. Super Jump. Jetzt gibt es noch Speed Bump. Was auch immer ein Speed Bump ist. Ich weiß es nicht. Oder wir nehmen den Granny Death Run. Das hört sich leider ein bisschen scheiße für die Grandma an. Aber ich glaube, wir nehmen den Granny Death Run. Und natürlich nehmen wir die Granny. Weil sonst gibt das doch gar keinen Sinn. Yo. Oh. 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 Aber unsere Grandma schafft das schon, oder? Oh mein Gott. Was ist denn da alles auf dem Boden? Ach du Scheiße. Die wollen wirklich die Oma tot machen. Okay. Das hat verdammt... Oh mein Gott. Okay. Die arme Oma. Yo. Das Problem ist, bei dem ersten Fall habe ich direkt ein Rad auf der rechten Seite verloren. Hätte ich das Rad nicht verloren, wäre es einfacher gewesen. Ich darf kein Rad verlieren. Komm schon. Komm schon. Komm schon, Granny. Komm schon. Oh. Was ist denn da noch auf dem Boden? Hier ist überall Scheiße auf dem Boden. Hier ist wirklich überall Scheiße auf dem Boden. WTF. Aber ich habe drei Daumen bekommen. Wir bekommen die drei Daumen für den Schaden. Und ich glaube, in dem Level nimmt die Grandma extrem viel Schaden. Ganz langsam. Ganz langsam. Ganz langsam. Zu langsam. Das war eindeutig zu langsam. Oh Scheiße. Die Schlampe ist tot. Wir müssen halt aufpassen, weil wir sehen die erste Falle fast gar nicht. Wir müssen leider ein kleines bisschen springen. Und ich glaube, das war zu viel gesprungen. Jo. Die Schlampe ist tot. Jetzt komm. Komm, komm, komm. Einfach fahren. Einfach fahren. Oh, das ist total schwer, die Schlampe zu steuern. Es ist wirklich total schwer. Man kann die fast gar nicht gerade steuern. Okay, wir nehmen, glaube ich, ein anderes Level, weil das Level ist zu einfach. Eigentlich interessiert mich der Speedbump auch. Aber wir nehmen jetzt erstmal den Pinball. Weil der Pinball hört sich nach etwas anderem an. Superbump eigentlich auch. Aber ich weiß nicht, was Bump ist. Da sind überall Fliegenklatschen, die uns nach oben schleudern können. Uh. Ich glaube, ich weiß, wie das funktioniert. Sollen wir hier vielleicht einfach SDRG drücken und uns runterfallen lassen vom Fahrzeug? Und dann hier hin und her geschleudert werden? Oder sollen wir wirklich probieren, hier durchzufahren? Sollen wir jetzt da drauf fahren und uns hochschleudern lassen? Ich glaube schon, oder? Ich bin mir nicht sicher. Ich probiere es jetzt einfach mal. Ich bin jetzt oben drauf. Hallo, alles gut. Und ich... Okay. Okay. Ich bin bis ganz nach oben geflogen. War das jetzt irgendwie das Ziel? Ich meine, die Schlampe ist so mies tot. Rest in Peace. Und wir haben nur zwei Daumen dafür bekommen, obwohl unser Pfeil so schmerzhaft war. Vielleicht sollen wir es auch genau anders machen. Ich bin mir nicht sicher. Vielleicht sollen wir es auch genau so machen, dass wir am Anfang direkt SDRG drücken und uns versuchen, von den Pinball-Teilen nach oben zu schleudern. Ich drücke jetzt einfach mal direkt am Anfang SDRG. Ich rutsche jetzt runter und versuche mich nur von diesen Teilen berühren und schlagen zu lassen. Aber genau jetzt schlägt mich kein einziges Teil. Yo. Irgendein Teil davon muss mich einfach schlagen. Die müssen mich schlagen, die Dinger. Okay, das war heftig, aber... Aber leider die falsche Richtung. Yo, ich bin nach unten gefallen. Ich muss nach oben fallen. Ist dir klar, ne? Lass dich einfach davon treffen. Genau so. Das ist richtig. Weiter. Bam. Schlagt sie doch. Schlagt doch die Oma. Ich möchte nach oben. Das ist gut. Das ist schlecht. Oder? Yo, wir könnten das packen. Ich meine, es gibt keinen Ausweg. Es gibt keinen Weg, nach unten zu kommen. Und jetzt ist sie unten angekommen mit ihrem Arsch zuerst. Yo. Mit ihrem süßen kleinen Knackarsch. So ganz kapiere ich dieses eine Level leider nicht. Deswegen nehmen wir ein anderes Level. Weil ich einfach zu dumm dafür bin. Und diesmal nehmen wir wirklich den Speedbump. Weil der Speedbump hört sich so mies interessant an. Und wenn es um Speed geht, darf ich auch wieder Stan the Man spielen. Oh mein Gott, okay. Das sieht aus wie eine hohe Rampe. WTF. Stan gibt ein bisschen Speed. Komm schon, komm schon, komm schon. Ist das eine kleine Rampe? Kann ich da rüberspringen? Okay, ich kann da rüberspringen. Alles ist gut. Alles ist gut. Yo. Gibt es jetzt irgendwo am Ende eine Rampe? Nein, gibt es nicht. Was zur Hölle ist das? Ach du Kacke. Ich verliere die Kontrolle. Ich muss auf... Oh nein. Bleib drauf, Stan. Stan ist tot. Okay. Ich weiß jetzt, wie die Strecke funktioniert. Das sind überall so kleine Hügel, wo man rüberfahren muss. Das Problem ist bei diesen Hügeln, die sind total schwer auszuweichen. Theoretisch muss ich davor langsamer werden. Aber das ist schwer. Vor allen Dingen mit Stan the Man. Er hat so ein schnelles Fahrzeug. Damit möchte man auch nicht langsamer werden. Mit seinem Fahrzeug möchte ich ehrlich gesagt nicht langsamer werden. Man kann es immer gerne probieren. Aber er hat wirklich ein Fahrzeug, womit man schnell fahren möchte. Und ich glaube, über den ersten Hügel kommen wir relativ easy rüber. Sehr schön. Und bleibt kontrolliert dabei. Sehr schön gemacht, Stan the Man. Genau deswegen bist du der Man. Weiter, weiter. Oh nein. Nein, nein. Bremsen, 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 bremsen. Alles gut. Okay, alles ist gut. Yo. Wir könnten das packen. Und jetzt gleich wieder SDRG drücken. Oh mein Gott, nein. Wieso habe ich SDRG gedrückt? Ich wollte das Leerzeichen drücken. Wieso habe ich SDRG gedrückt? Wir wären ans Ziel gekommen, aber ich habe SDRG gedrückt. Ich wollte das Leerzeichen drücken. Ich wollte nur dieses Sche... Okay. Wir haben jetzt zwar drei Daumen, aber das Problem ist, wir sind nicht ans Ziel gekommen. Deswegen probieren wir es nochmal mit Stan the Man. Normalerweise ist das Level easy, aber ich habe eben gerade versehentlich SDRG gedrückt anstatt Leerzeichen. Ich sollte Leerzeichen für die Handbremse benutzen, aber ich habe wirklich diese scheiß SDRG-Taste gedrückt. Genau der zweite Jump ist der schwerste. Der zweite Jump, da müssen wir kontrolliert bleiben. Und das ist schwer. Oh nein, wieso drücke ich SDRG anstatt Leerzeichen? Wieso mache ich das die ganze Zeit? Das war jetzt schon das zweite Mal, dass ich den Kack gemacht habe. In diesem einem Level habe ich wirklich zweimal denselben scheiß Fehler gemacht. Wie kann ich nur so blöd sein? Drück jetzt ein einziges Mal Leerzeichen. Nicht Steuerung, sondern Leerzeichen. Mit Steuerung schießt du dich ab. Bleib beim Leerzeichen. Das Leerzeichen hilft dir so sehr. Komm, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Jetzt fahr und jetzt drück Leerzeichen. Das ist alles gut. Okay, alles ist perfekt. Wir haben gut gebremst und wir können jetzt über die allerletzte Rampe rüberfahren. Sehr schön, ohne runterzufallen. Und jetzt kommen wir ins Ziel, oder? Yo, finished. Easy. Destruction Plummet. Dafür nehmen wir natürlich die Grand Ma, weil die Grand Ma ist die größte zerstörerische Schlampe der Welt. Können wir da durchfahren? Können wir durch den Zaun durchfahren? Ich denke schon, oder? Yo, wir können den einfach umfahren. Und was ist jetzt hier? Wir müssen wieder springen. Was zur Hölle? Ich kapiere hier gar nichts mehr. Äh. Okay. Das Level müssen wir nicht kapieren. Das Level brauchen wir nicht zu kapieren. Das Level werden wir wahrscheinlich nie wiedersehen. Wir nehmen lieber den High Jump, weil der High Jump hört sich nice an. Und dafür nehmen wir den Schweden, weil der Schwede fliegt schon auf seinem... Eigentlich fliegen alle auf ihrem Bild. Yo. Oh, wir müssen kontrolliert hier rüberfahren. Das ist ein Problem bei dem Schweden. Wir sollen das irgendwie in 34 Sekunden schaffen. Aber wie? Wie zur Hölle sollen wir das mit dem Schweden schaffen? Der Schwede ist ein Charakter, mit dem man einfach null Kontrolle über den Track hat. Deswegen nehmen wir leider... Deswegen nehmen wir leider einen anderen Charakter, weil man mit dem Schweden einfach keine Kontrolle im Einkaufswagen hat. Man kann ihn kaum steuern. Sehr schön. Ich liebe dieses Fahrzeug. Ich glaube, wenn ich alt bin, möchte ich auch dieses Fahrzeug haben. Natürlich nicht ganz so schnell. Und ich glaube, ich habe auch nicht so viele Eier wie die Oma. Ich meine, wow. Die Oma hat Eier. Die traut sich hier überall langzufahren. Ach, du Kacke. Was sollen wir jetzt hier tun? Ähm, hallo? Okay, ihr habt gerade eine Oma umgebracht. Ich hoffe, das hat euch geholfen. Wir hätten da nicht so doll rüberspringen sollen. Wir dürfen nicht springen. Obwohl das Level heißt High Jump. Da denkt man doch, wow. Ich soll ja jetzt vielleicht mit Vollspeed rüberfahren und einfach nach oben fliegen. Aber anscheinend ist das nicht so. Wir sollten hier ganz langsam und kontrolliert dieses Level zu Ende führen. Komm her, Schlampe. Sehr, 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 sehr schön. Nach oben, ohne zu springen, ohne zu springen, ohne zu springen. Alles ist gut. Wir sind nicht gesprungen und wir haben kein Rad verloren. Das ist perfekt, yo. Und jetzt sollten wir das Level normalerweise für drei... Oh mein Gott, nein. Hier geht ja alles kaputt. Was zur Hölle? Was ist das für ein Boden? Das ist doch unfair. Wir müssen sehr langsam über den Berg rüberfahren. Ich weiß, du hast ein schnelles Fahrzeug. Scheiße, du hast ein richtig schnelles Fahrzeug. Allerdings probiere trotzdem einfach langsam hier rüber zu fahren. Langsam, 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 langsam. Sehr schön. Oh mein Gott. Und jetzt können wir da einfach durchpesen und versuchen, den Scheiß zu überleben. Glaub mir, Baby, wir schaffen das zu zweit. Wir schaffen das. Komm. Die Ziegelsteine können uns eigentlich nichts anhaben. Ich meine, yo. Dein Fahrzeug ist ein verdammter Panzer. Alles ist gut. Komm schon. Das ist das Ziel. Das ist das Ziel. Finis. Wir sind zwar am Ende runtergefallen, aber wir haben das Ziel erreicht. Das Level ist einfach eine große Runde. Wir haben das Ziel erreicht am Ende. Und das ist die Hauptsache, Bitch. Okay, Leute. Damit glaube ich, es endet jetzt hier auch das Video. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Und bis morgen. Bis morgen. Bis morgen. Bis morgen. Bis morgen.